Fürs Erste. B von B, okay. Dann segeln wir erstmal hier hin zurück. Nicht segeln. Das ist echt die ganze Zeit falsch. Gibt's scheinbar noch was zu holen. Ich bin ein Pfefferig. Ja, ich bin ein Pfefferig. Meine Oma hat er sich gebraucht Kostenloses Futter endlich Na komm, nur Mahmoud tut dir gut Schon gut, schon gut, erzähle niemanden davon Ich erzähle jedem davon Ich weiß noch, wie wär's damit So, da sind wir da Zitronen müssen wir besorgen Mit einer Insel und Die Zitronen brauchen wir Wenn Kuhn machte keine Sorgen, schnapp dir einfach nur die Zitronen und mach dich vom Acker Ich will die nicht in meinem Leben Braucht keinen Ärger Zitronen Okay, das hätten wir gewusst Und so ist hier noch ein Ähm Sieh jeden Tag das gleiche Sandwich Toonfisch Zitronen 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 武 techniques Zitronen 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 Ach, die ist so hier. Oh, verdammt. Ah, ein Fahrstuhl. Das ist praktisch. Für diese Arbeit sollten wir Helme tragen. Das ist einfach nur gefährlich. Ich habe diesen Job, seit ich meine Schule fertig war. Ich wollte malen, bin auf der Kunsthochschule, war total schlecht, konnte nichts erschaffen. Ich hatte nichts von der Welt gesehen. Ich hatte keine Leute getroffen. Ich hatte mich mit niemandem nicht geliebt. Verstehst du? Jetzt habe ich um 5 Uhr Feierabend und kann die ganze Nacht über malen. Das ist perfekt. Ich bin immer noch nicht besonders gut. Aber besser. Irgendwann werde ich es schaffen. Irgendwann haben sie doch diese... eine Laubhose. Ich habe wirklich eine Laubhose für einen... einen Link zu holen. Ich habe gehört, dass wir nächste Woche vielleicht unsere Jobs verlieren und ziehen jemanden davon. Das ist ein großes Geheimnis. In einem dieser Container steckt ein paar Roboter. Roboter, die uns ersetzen könnten. Wir verschiffen tatsächlich Roboter, die unsere Jobs wegnehmen. Das ist echt deprimierend. Aha. Ach, dein Hintergrund. Die Sternbilder. Interessant. Sehr großartig. Stimmt ja nichts mehr zu sehen. Na ja. Wir werden jetzt erst einmal hier in Steuern, Old Central District, wir konnten aber hier Die Asthma Ist so wie der Nacht gewohnt Ich gehe am besten nicht mehr schlafen Für die Prüfung Im Ferial Ich denke mal nicht auft Ab es ist ein Zuhause Das ist ein Zuhause Ach, hier stimmt die Typen mal an Bord geholt, mit dem großen Stier. Hier müssen wir schnell wieder loswerden, das müsste morgen sein, wenn ich alles täuscht. Da schlägt er wieder durch die Gegend. Erstmal die Feuerblumen rießen. Kann man Kartoffeln nicht nochmal einpflanzen? Was ist mit deinem Büro, oder? Moin moin. Ich kenne ihn noch. Aber sie geht dann da hinunter. Es kam doch geradezu nicht jemand. Oder was ist hier los? Ach, das ist Arthur, der sägt sich auf. Ja, ich muss mit dir reden. Ich haue aber nicht ab. Natürlich gibt es jetzt das hier. Und noch Mammung. Ja, Arthur. So. Wir bauen bestehenden Blieben. Gegen der Kundenwelt nur heute, oder? Du kleine Bliebenarzt, der hier den großen Stier trägt. Nein. Alles klar. Alles klar. Okay. Jetzt geht rein. Die können wir jetzt noch nicht zur Hilfe arbeiten. Da brauchen wir jetzt erstmal noch. Da brauchen wir noch dieses Malwerk, oder wie das auch noch. Wie das noch mal war. Zu kleinerer. Gestellensfesten Staub. Hühnerstall. Da gibt es auch so nach wie vor noch keiner. Keine Sache für. Keine Lösung. Das mich gerade nach Overbrook können wir nach wie vor nicht. Das dann. Das ist nach wie vor. Das ist schon die nächste Grenze. Und dann wahrscheinlich wieder nicht. Wieder eingeschränkt. Was sagen denn die Quests? Der Rhythmus der Nacht, finde ich. grad die Prowse ausstrahlen. Die Prowse ausstrahlen. Was ich nicht die Prowse hinstellen? Das ist ganz genau. Das braucht so lange. im mitten park oksbury in oksbury haben wir die partner noch nicht gefunden im mitten park müssen wir mal und jetzt erst mal hierhin gesperrt ja schatz wo ist dieser mann du bist die lieferantin bist du ein fremd nur eine autogrammikerin nein wer könntest du also sein larry Salzberg dreht einen Triller meine Güte das wäre ein Zufall sie muss erst kürzlich an ihn denken schatz hast du das gehört? wusste er nur er war doch gerade noch hier also wenn es für larry ist sage ich sofort zu er möchte dass ich im film mitspiele oder? was wärs der wie und was was ist ja los du wirst dich nicht bereuen wenn du mein bestes geben gute möglichkeiten und gerade an meinem umzugstag ich sollte öfter umziehen ähm äh ok äh ok das nebenquist die wir ja beide vorangebracht haben oder was? aha was auch immer in der Nähe gibt es ein Café ich kann dort nicht mehr hingehen ich schäme mich zu sehr aber uns wieder aufzudrücken wir haben die Schlüsse zur Toilette gestohlen und wenn ich gestohlen sage meine ich gestohlen ich habe ihn absichtlich angesteckt ich wollte nur nicht dass der Mann neben mir die Toilette putzt er hat viel zu laut geschmatzt und gestürzt ich muss mir wohl ein anderes Café suchen sie leute und man direkt in die Augen so weiß ich ob sie ehrlich sind es ist das Geheimnis hinter meinem Erfolg den Leuten in die Augen sehen er wiegt man direkt in die Seele wenn man das möchte ok können wir nicht weiter ich komme da an der Strommaste entlang sieht auch viel verspächter aus oder auch nicht alles verschlossen hier geht es auch nicht weiter naja und die Katze knurren und auf gehts hier war ja nicht so viel los oh mein ein wettere Drache eine silbere Drache eine Pulsage drin die müssen wir ja für uns haben für den Typ für den Stier machen who d das würde Ihnen schnell wieder loswerden ... ... das würde Ihnen schnell wieder loswerden Kämpfen sehen wollte damals. So sah das aus. Dann ran in den Speck. Bist du bereit für einen echten Kampf? Sie werden aus allen Richtungen kommen. Also konzentrier dich. Kneifen geht nicht. Stütz dich einfach auf sie. Sei kein Feigling. Aha. Wer ist sie? Ach so, die Strahlen hier. Die Strahlen hier. Aha. Wo ist das? Ah, mal. Da ist ein Seer. Unspannend. A trial. A trial. A trial. A trial. Die Messen kriege ich gar nicht. Ein Brief von Albertson. Aha. Hallöchen, Zuckerschote. Könntest du mich bei Gelegenheit bitte in meiner Wohnung in Oxbow besuchen kommen? Ich muss dich ein paar Dinge fragen. Beth. Wollt mal eh hin. Brief von Albertson. Ich hatte es vergnügen deinen Onkel Arthur kennenzulernen. Was für ein Kerl. Da hat sie mir ein paar Tipps für die Werft gegeben. Dafür möchte ich mich erkenntlich zeigen. Meine Jungs haben das hier in unseren Docks gefunden. Vielleicht gibt es dort etwas Nützliches. Und richte deine Ungegrüße von mir aus. Albert. Dein irgendein Schiffsrauer. Wir haben aber was. Welche Koordinaten? 85 und 65. Aha. Da kommen wir später noch hin wahrscheinlich. Da war nicht viel. Schatzkarte. 85 und 65. 85 und 65. 85 und 65. 85 und 65. Das liegt ja so gar nicht auf dem Weg. Ja gut. Ich würde mal sagen. Ich würde mal sagen. Ich würde mal hin. Kisten. Dann fahren wir da mal hin. Wie aufregend. Hast du das gesehen, Micky? Wir sind da mal weg. Sie nennt, der mich Micky. Du hast da draußen richtig reingehauen. Weißt du was? Es hat endlich einen... Er hat endlich einen guten Spitznamen für dich gefunden. Du wirst also gefördert. Von Kleiner zu Kundschafterin. Verhält dir das? Na klar doch. Wer mag Kundschafterin denn nicht? Niemand. Genau. Das heißt aber nicht, dass du jetzt vorerst kannst. In der Hierarchie des Lebens stehst du immer noch unter uns. Und jetzt Ziel einer. Wir haben Dinge zu legen. Ah ja. Sehr freundlich. Ich wicke auf mich. Äh. Okay. Der will was zu essen. Naja. Der ist auch irgendwie. Ich weiß nicht. Gehen. Kaffee. Guten Schlaf heute Nacht. Nee. Untertitel. Wir haben schon viel zu viele Sonnenblumen und Pflanzen, die ich noch beitragen Das ist vielleicht mal noch nicht gepflenzt Da wird die Äpfel drin Ich muss dir was sagen, das Zeug ist viel zu einfach, nur eine fremde Zutat. Wenn du mir hilfst, du musst den dummen Bauern abschrauben, mein Bruder hat mit diesem Fraß das nicht abspeisen. Lass mich so sagen, dass selbst du das verstehst, einfache Gerichte sind schlecht. Fahrt zur Hölle. Dann verhungere doch, meine Fresse. Wie fandest du denn das letzte Mal? Reit viel mehr? Was hast du davon? Kometenschauer. Okay. Kometenstein. Nichts sollt nachmachen. Nicht ein Kometenrennen rennen. Wie es hier sehr schön aussieht. Ich bin wirklich fantastisch. Nicht schlecht. Ich bin ein bisschen voll geantisch. Kometenstein. Kometenstein. Ah, okay. Wie ist Bruce und Vicky? Was gibt's Neues? Autsch. Nicht auf mir landen. Was siehst du hier? Nichts. Du hast nichts auf diesem Schiff. Das nervt Micky. Du musst den Kran aufnehmen, verstehst du? Lass uns etwas bauen, das diesem Schiff einen echten Stempel aufdrückt. Was meinst du? Gute Idee Micky. Du brauchst einen Zerkleinerer. Du musst ein paar Steine zergrößern. Oh ja. Mach dir keine Sorgen. Selbst ein Einfallspinsel wie du kann das. Wie los. Wo fahrst du denn? Eine zu kleinere. Wie wir das gegen dich tun können. Ich hab da absolut keine Zutaten. Zinkbaren, pulsarbaren Eschenbrett. Okay, pulsarbaren können wir hinkriegen. Der Rest wird wohl noch einen gleichen Raum brauchen. Ah, Zink haben wir auch. Bei Eschenbrett haben wir noch nichts. Glaube ich. Bei Eschenbrett haben wir noch nichts. Das ist ja sehr hart. Das ist ja sehr hart. Hart herzustellen. Und das auch. Das ist wohl noch ein bisschen schwerer, wenn man da ein bisschen mehr proben muss. Das wird irgendwann ein Diamant kriegen und das dann nur so ein ganzes bisschen so eine Nadelbreite ist. Das ist ja fast schon Diamant. Das ist ja fast schon drangemisch. Das ist ja auch fährlich. Das ist ja fast schon ein bisschen mehr möglich, wenn man da ein bisschen mehr proben muss. Oh, schau mal. Da geht's doch wirklich. Und wahrscheinlich brauchen wir 10 von den beiden. Pulsarbarren brauchen wir 7 Stück, okay. Und eschen bereits.